Karl Benz, 1844 bis 1929. Erschrocken springen die Mannheimer Bürger zur Seite, als in den frühen Morgenstunden des 5. August 1888 eine Kutsche ohne Pferde an ihnen vorbei rattert. Verschlafen reiben sie sich die Augen, denn das, was sie da sehen, kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Bertha Benz, die Frau des ortsansässigen Tüftlers Karl Benz, sitzt zusammen mit ihren beiden Söhnen Eugen und Richard auf dem Bock einer Kutsche, die sich ohne Pferd fortbewegt und winkt den verdutzten Mannheimern fröhlich zu. Geschickt lenkt sie das Gefährt aus der Stadt hinaus und bricht mit den beiden Jungen zur ersten Fernfahrt in der Geschichte des Automobils auf. Von Mannheim nach Pforzheim soll die Reise gehen. Heute ist die Strecke in gut einer Stunde zurückzulegen. Vor über 100 Jahren benötigt das unternehmungslustige Trio für diese Fahrt einen ganzen Tag. Erst am Abend erfährt Karl Benz vom Wagemut seiner Frau. Per Telegramm teilt sie ihm mit, erste Fernfahrt ist gelungen, sind gut in Pforzheim angekommen. Geboren wird der Erfinder des Automobils, Karl Friedrich Benz, am 25. November 1844 als Sohn des Lokomotivführers Hans-Georg Benz und dessen Frau Josefine in Mühlburg bei Karlsruhe. Der Vater hatte sich auf dem offenen Führerstand der Lokomotive schon häufig schlimme Erkältungen zugezogen, doch im Frühjahr 1846 will der schlimme Husten einfach nicht mehr vergehen. Was zunächst nach einer hartnäckigen Bronchitis aussieht, entpuppt sich schließlich als Lungenentzündung, an der Hans-Georg Benz am 21. Juli im Alter von 36 Jahren stirbt. Von nun an ist Josefine Benz mit ihrem kleinen Sohn allein. Sie kümmert sich vorbildlich um das Kind und will ihm die bestmögliche Ausbildung zuteilwerden lassen. Da Karl sehr wissbegierig und intelligent ist, kann er ab 1853 das Lyzeum in Karlsruhe besuchen. Bereits mit 15 Jahren bewirbt er sich an der Polytechnischen Hochschule, denn sein größtes Interesse gilt den technischen Errungenschaften seiner Zeit, wie der Dampfmaschine, der Eisenbahn und den Dampfschiffen. Er besteht die Aufnahmeprüfung mit Bravour und studiert mit großem Erfolg. Vor allem Professor Ferdinand Retenbacher imponiert Karl während seiner Zeit an der Hochschule sehr und prägt ihn für sein ganzes Leben. Retenbacher, der Begründer des theoretischen Maschinenbaus, beschäftigt sich schon zu dieser Zeit mit der Entwicklung einer Verbrennungskraftmaschine. Diese Versuche sind es, die Karl Benz viele Jahre später dazu motivieren, eine Antriebsmaschine zu entwickeln, die ohne Dampf funktioniert. Doch nach seinem Studienabschluss nimmt Karl Benz 1864 erst einmal eine Stelle als Schlosser bei der Karlsruher Maschinenfabrik an, wo er die kommenden zwei Jahre in Lohn und Brot steht. Seine zweite Arbeitsstelle ist in Mannheim bei der Firma Schweizer. In dem Unternehmen, das auf die Herstellung von Präzisionswerkzeugen spezialisiert ist, arbeitet Benz zunächst als Zeichner, kann im Laufe der Zeit aber zum Konstrukteur aufsteigen. Seinen ersten nennenswerten beruflichen Erfolg hat Karl Benz 1869 in Pforzheim. Er wird im Eisenwerk der Gebrüder Benkieser als Werksleiter und Brückenkonstrukteur eingestellt. In Pforzheim lernt er auch Bertha Ringer, die Tochter eines großen Bauunternehmers, kennen. Der inzwischen 26-jährige Karl verliebt sich Hals über Kopf in das 21-jährige Mädchen und hält bald um ihre Hand an. Am 20. Juli 1872 geht sein Wunsch in Erfüllung. Er führt seine Angebetete vor den Traualtar. Die Ehe der beiden ist sehr glücklich. Bertha interessiert sich sehr für die Versuche ihres Mannes und unterstützt ihn nach Leibeskräften. Gemeinsam haben Karl und Bertha fünf Kinder, die beiden Söhne Eugen und Richard, sowie die Töchter Clara, Tilde und Ellen. Beruflich hatte Karl Benz schon vor der Hochzeit mit Bertha den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Zusammen mit dem Mechaniker August Ritter gründet er 1871 seine erste eigene Firma. Auf dem Firmengebäude, nichts anderes als ein Holzschuppen, prangt in großen Lettern Karl Benz und August Ritter mechanische Werkstätte. Aber die beiden halten es nicht lange zusammen aus. Heftige Meinungsverschiedenheiten sind an der Tagesordnung, sodass Karl Benz bereits nach einem Jahr die Anteile von August Ritter zurückkauft und alleiniger Inhaber des Unternehmens wird, das er kurzerhand in Karl Benz Eisengießerei und mechanische Werkstätte umbenennt. Benz hofft, am anhaltenden Bauboom in der Region zu partizipieren und stellt in erster Linie Werkzeuge her, die auf Großbaustellen benötigt werden. Doch der Erfolg bleibt aus. Als Karl das Dilemma erkennt, analysiert er den Bedarf in seiner Region aufs Neue und stellt von diesem Zeitpunkt an hydraulische Maschinen her, die zur Tabakverarbeitung genutzt werden können. Tabak ist im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert eine beliebte Sonderkultur, die vom Nordschwarzwald bis ins Neckartal angebaut wird. 1877 brechen harte Zeiten an. Eine Wirtschaftskrise macht der gesamten Region zu schaffen. Aufträge bleiben aus. Und Karl Benz kann seine Maschinen nicht mehr verkaufen. Ihm droht der Konkurs. Alle seine Maschinen und Werkzeuge werden zwangsversteigert. Lediglich das Grundstück, auf dem seine kleine Firma steht, darf er behalten. Karl Benz muss sich etwas einfallen lassen, wenn er weiterhin selbstständig tätig bleiben will. Da besinnt er sich auf seinen ehemaligen Professor Ferdinand Retenbacher und beginnt mit der Konstruktion eines Gasmotors, der unabhängig von Dampf funktionieren soll. Aber auch andere findige Tüftler hatten sich in der Zwischenzeit dieser Herausforderung gestellt. Nikolaus August Otto hatte seinen Viertaktmotor zum Patent angemeldet. Keine gute Nachricht für Karl Benz. Denn seine Versuche durften sich nicht mit Ottos Patent überschneiden. Wäre dies der Fall gewesen, hätten ihm neben einer empfindlichen Strafe auch hohe Lizenzzahlungen gedroht. Sofort macht sich Benz deshalb daran, einen Zweitaktmotor zu entwickeln. Und schnell hat er den zündenden Einfall. Zwei getrennte Pumpen, eine für Luft und eine für Gas, sollen die Zylinder antreiben. Nur zwei Jahre benötigt Karl Benz, dann ist ihm der Geniestreich geglückt. Am Silvesterabend 1879 springt sein Motor erstmals an. Aber die Freude über den Erfolg wird von dunklen Wolken überschattet. Geldsorgen plagen die Familie Benz. Da Karl in den vergangenen Monaten ausschließlich an seiner neuen Erfindung gearbeitet hatte, stand die Familie inzwischen auch kurz vor dem privaten Ruin. In dieser schwierigen Situation kommt Karl Benz der Fotograf Emil Bühler zur Hilfe. Dieser ist davon überzeugt, dass der von Benz erfundene Motor eine große Zukunft hat und stellt die nötigen finanziellen Mittel für die Weiterentwicklung zur Verfügung. 1881 steigt Bühler als stiller Teilhaber in die Firma von Karl Benz ein, die sie Mannheimer Gasmotorenfabrik nennen. Aber die immer neuen Versuche, den Motor weiterzuentwickeln, verschlingen ein Vermögen. Als sich auch Bühlers finanzielle Mittel dem Ende zuneigen, wird die Gasmotorenfabrik im Oktober 1882 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Karl Benz ist nun nur noch einer von neun Aktionären, die Anteile an seiner Firma halten. Da seine finanziellen Mittel noch immer sehr beschränkt sind, kann er sich lediglich 5% der Aktien an seiner einstmals eigenen Firma sichern und hat im eigenen Unternehmen plötzlich nichts mehr zu sagen. Für den findigen Tüftler ein unerträglicher Zustand. Im Januar 1883 verkauft er deshalb seine Anteile an der Gasmotorenfabrik in Mannheim AG an die anderen Teilhaber. Doch der Name Karl Benz hat sich inzwischen herumgesprochen. Und so fällt es ihm nicht schwer, noch im selben Jahr neue Partner zu finden, die bereit sind, wieder ein Unternehmen mit ihm zusammen aufzubauen. Friedrich Wilhelm Esslinger und Max Rose steigen in die Benz & Company Rheinische Gasmotorenfabrik ein. Von nun an laufen die Geschäfte ganz gut. Benz überarbeitet seinen Motor zum wiederholten Male und schon 1886 können neue Fabrikgebäude bezogen werden. In den folgenden vier Jahren werden über 300 Benz-Motoren verkauft. Ein Erfolg, auf den Karl Benz nach all den Tiefschlägen der Vergangenheit selbst kaum zu hoffen gewagt hatte. Doch in der Zwischenzeit hat sich noch etwas anderes ereignet. Es war bekannt geworden, dass Otto das Patent für den Viertaktmotor entzogen werden soll. Für Benz die große Chance. Plötzlich sieht er sich seinem großen Traum ganz nahe. Er will einen Motor entwerfen, der so leicht ist, dass er zum Antrieb von Fahrzeugen genutzt werden kann. Sein Zweitakter ist dafür aufgrund seiner Größe und seines Gewichts denkbar ungeeignet. Unermüdlich tüftelt und konstruiert Karl Benz nun an der Verwirklichung seines Kraftwagens. Bereits im Frühjahr 1885 hatte er erste Konstruktionspläne für einen dreirädrigen Motorwagen entworfen, der sich ohne von Pferden gezogen zu werden auf der Straße fortbewegen können sollte. Als ein halbes Jahr später der erste fahrbare Motorwagen bereitsteht, behält Karl Benz seinen Durchbruch aber zunächst für sich. Erst im Januar 1886 meldet er sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an. Benz hatte die Patentanmeldung deshalb hinausgezögert, weil er erst ganz sicher sein wollte, dass Otto keine Rechte mehr geltend machen konnte. Aber auch andere Erfinder sind zu dieser Zeit in der Kraftfahrzeugentwicklung tätig. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach hatten bereits vor Karl Benz ein Zweirad zum Patent angemeldet. Mit seinem Dreirad, das mit einer breiten Sitzbank, ähnlich einem Kutschbock ausgestattet ist, ist Karl Benz aber der erste. Auch verfügt sein Gefährt über ein ausgefeiltes Bremssystem und einen neu entwickelten Vergaser. Im Sommer 1886 stellt Karl Benz seinen Motorwagen zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Die Mannheimer reagieren verhalten. Es ist zwar nett anzusehen, wie sich die Kutsche ohne Pferde fortbewegt, aber wirklich überzeugt sind sie von dieser Erfindung nicht. Aber Karl lässt sich davon nicht irritieren. Er tüftelt, konstruiert und baut weiter an neuen Fahrzeugen. Vier weitere Patente erhält er bis 1888. Doch auf große Fahrt traut er sich mit keinem seiner Motorwagen. Bertha, die unternehmungslustige Ehefrau des Erfinders, kann es nicht mehr ertragen, dass dem neuen Gefährt ihres Mannes nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Kurzerhand beschließt sie deshalb, der ganzen Welt zu beweisen, welch wertvolle Errungenschaft der Motorwagen für die Menschheit ist. So kommt es am 5. August 1888 zu der legendären Fahrt von Bertha und ihren beiden Söhnen, die sie von Mannheim nach Pforzheim führt. Der Motorwagen legt die Strecke ohne größere Schwierigkeiten zurück. Zwar müssen die Reisenden häufig Kühlwasser nachfüllen, an steilen Stellen schieben und das für den Antrieb benötigte Benzin in Apotheken kaufen, aber das alles stört das aufgeweckte Trio nicht. Sie sind stolz, beweisen zu können, dass die Erfindung des geliebten Ehemannes und Vaters durchaus ihre Berechtigung hat. Doch obwohl alle Zeitungen von der Fahrt der verrückten Frau Benz berichten, ist das Interesse am Motorwagen in Deutschland verhalten. Nur ins benachbarte Frankreich lässt sich ab und an ein Fahrzeug verkaufen. 1890 kommt es zum Bruch zwischen Karl Benz und seinen Mitgesellschaftern. Max Rose und Friedrich Wilhelm Esslinge verstehen nicht, warum sich Benz nach wie vor mit der Weiterentwicklung des Automobils beschäftigt, obwohl sich ihrer Meinung nach längst gezeigt hat, dass es für dieses Gefährt in Deutschland keinen Markt gibt. Aber Karl Benz findet bald neue Partner. Friedrich von Fischer und Julius Gans unterstützen Benz im kaufmännischen Bereich und beim Vertrieb der Fahrzeuge. Der Tüftler hat so den Rücken frei, um sich voll und ganz seiner Arbeit in der Werkstatt zu widmen. Im Februar 1893 gelingt Karl Benz der Durchbruch. Er erhält das Patent für eine Achsel-Schenkellenkung, die es ermöglicht, auch vierrädrige Wagen vom Kutschbock auszusteuern. Diese Lenkung wird in das neue 3 PS starke Modell Victoria eingebaut, das sich als erster Verkaufsschlager erweist. Nicht unerheblich am Erfolg dieses Wagens beteiligt ist Theodor von Liebig, dem es 1894 gelingt, eine über 900 Kilometer lange Strecke damit zurückzulegen. Eine Fahrleistung, die als Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Victoria gilt. Von nun an geht es Schlag auf Schlag. Neben immer neuen Automobilmodellen, mit den klangvollen Namen Phaeton, Landauer und Brake, allesamt nach bekannten Kutschenfabrikaten benannt, entwickelt Karl Benz 1894 den ersten Omnibus und das erste Serienautomobil mit dem Namen Velo. Zum Preis von 2000 Mark können sich dieses Luxusgefährt nur gut betuchte Bürger leisten, umso erstaunlicher ist es, dass das Velo bis 1902 rund 1200 Mal verkauft werden kann. Benz ist nun der größte Automobilhersteller der Welt. Doch diese Stellung kann er nicht lange behaupten. Die Konkurrenz im In- und Ausland schläft nicht und vor allem Wilhelm Maybach mit seinem Rennwagen Mercedes macht Benz das Leben schwer. Notgedrungen muss sich auch Karl Benz mit der Entwicklung eines Rennwagens beschäftigen. Nach internen Querelen im eigenen Unternehmen und seinem kurzzeitigen Austritt aus der Firma gründet er 1903 im Alter von 60 Jahren in Ladenburg ein neues Unternehmen, C. Benz Söhne. Hier arbeitet er zunächst zusammen mit seinem Sohn Eugen, während Richard erst 1908 von der Benz AG aus Mannheim nach Ladenburg folgt. 1909 wird der Öffentlichkeit der 200 PS starke Rennwagen Blitzen Benz präsentiert. Bis 1919 hält dieses Fahrzeug mit einer Spitzengeschwindigkeit von 228 kmh den absoluten Weltrekord. Als Karl Benz 1912 aus seinem Unternehmen ausscheidet, weiß er es bei seinen beiden Söhnen in guten Händen. Obwohl er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzieht, verleiht ihm die Technische Hochschule Karlsruhe anlässlich seines 70. Geburtstags den Ehrendoktortitel. Eine Auszeichnung, die der ehemalige Student dieser Hochschule gerne annimmt. Ein letzter Höhepunkt seines Lebens ist der Zusammenschluss der Daimler und Benz Werke im Mai 1924, die 1926 in Daimler-Benz AG umfirmieren. In diesem neuen Unternehmen erhält Karl Benz einen Sitz im Aufsichtsrat, den er bis zu seinem Tode am 4. April 1929 innehat. Mit seinem Fahrzeug-mit-Gasmotoren-Betrieb schrieb Karl Benz Industriegeschichte. Diese Erfindung machte ihn zu einem der bedeutendsten Pioniere in der Geschichte des Automobils. Kein anderer hat die Entwicklung der menschlichen Mobilität so nachhaltig beeinflusst, wie der deutsche Maschinenbauingenieur Karl Benz. John D. Rockefeller 1839 bis 1937 Wenn unvorstellbar großer Reichtum einen Namen hat, dann ist dieser Rockefeller. Heute würde das Vermögen von John D. Rockefeller etwa 200 Milliarden Dollar betragen, ein Vielfaches dessen, was die reichsten Männer unserer Tage ihr Eigen nennen. Die Erinnerung an Rockefeller, diesen Selfmade-Milliardär, ist äußerst widersprüchlich. Einerseits ist er der skrupellose Geschäftsmann, der mit fragwürdigen Methoden in kaum 30 Jahren aus dem Nichts ein gewaltiges Wirtschaftsimperium aufgebaut hat. Andererseits ist er der engagierte Philanthrop, der die letzten 40 Jahre seines Lebens darauf verwendet hat, große Teile seines Vermögens, wohltätigen Zwecken zu stiften. War diese Wohltätigkeit nur Ausdruck seines schlechten Gewissens? Eine Art Wiedergutmachung für das Unrecht, das er anderen angetan hat? Oder entsprang die Philanthropie seiner tiefsten Überzeugung und seiner Reliquiosität? Nun, so ganz hat noch kein Biograf, kein Historiker den Menschen John D. Rockefeller entschlüsseln können. Es lohnt sich daher, den Lebensweg dieses Mannes genauer zu betrachten. Der Reichtum ist John Davison Rockefeller nicht in die Wiege gelegt, als er am 8. Juli 1839 in Richford im Bundesstaat New York zur Welt kommt. Sein Vater, William Avery Rockefeller, ist ein Lebemann, der mit fragwürdigen Geschäften für das Auskommen der Familie sorgt. So verkauft er beispielsweise gutgläubigen Menschen ein Wässerchen, das angeblich Krebs heilen kann. Die Mutter, Eliza Davison, stammt aus einer wohlhabenden Farmerfamilie und hat William gegen den erklärten Willen ihrer Eltern geheiratet. Eine Entscheidung, die sie später des Öfteren bereut haben dürfte. Denn der Mann ist oft monatelang unterwegs, um seine Quacksalbermittelchen zu verkaufen, macht mit Affären von sich reden und soll sogar in Bigamie gelebt haben. Trotz allem bringt John seinem Vater Bewunderung entgegen und schaut sich einiges von dessen Geschäftstüchtigkeit ab. So verleiht er schon als Schuljunge seine Ersparnisse und kassiert dafür Zinsen. Stolz stellt er fest, dass er damit genauso viel verdient hat, wie ihm der Nachbar für zehn Tage harte Arbeit bei der Kartoffelernte bezahlt. Auf seinen Charakter hat aber die Mutter einen noch prägenderen Einfluss. Als nüchtern, sparsam und religiös wird sie beschrieben, Attribute, die auch zu John D. Rockefeller passen. Als John 14 Jahre alt ist, lässt sich die Familie nahe der Stadt Cleveland in Ohio nieder. Dort besucht er die High School und macht im Anschluss einen dreimonatigen Buchhalterkurs. Eine Universität wird John D. Rockefeller nie besuchen. 1855, er ist gerade 16 Jahre alt, findet er eine erste Anstellung als Hilfsbuchhalter bei Hewitt & Tuttle, einer Handelsgesellschaft für landwirtschaftliche Produkte. Die Inhaber sind von der Sorgfalt und Beharrlichkeit, die der junge Rockefeller an den Tag legt, angetan und übertragen ihm bald immer mehr Verantwortung. Rockefeller wird später über diese Lehrjahre sagen, dass er in drei Jahren bei Hewitt & Tuttle so viel über das Wesen des Geschäftemachens gelernt habe, wie andere Leute in drei Jahrzehnten nicht. Seit seinem ersten Arbeitstag führt er auch über seine privaten Ausgaben detailliert Buch. Die bis heute erhaltenen Aufzeichnungen zeigen, dass er sehr sparsam haushaltet und von Anfang an ein Zehntel seines Einkommens spendet, vorzugsweise der Clevelander Baptistenkirche, an deren Gemeindeleben erregen Anteil nimmt. Als ihm eine Gehaltserhöhung verwehrt wird, wagt Rockefeller einige Monate vor seinem 20. Geburtstag den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit Erfolg. Schon im ersten Jahr erzielt seine Firma durch den Handel mit Fleisch und Getreide einen Umsatz von knapp einer halben Million Dollar und einen angesichts des hart umkämpften Marktes anständigen Gewinn von mehr als 4000 Dollar. Die Geschäfte laufen mit jedem Jahr besser, zumal nach Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen. Da bringt ihn sein Partner Samuel Andrews auf die Idee, auch ins Ölgeschäft einzusteigen. Erdöl ist seit Jahrhunderten bekannt. Doch wusste bislang niemand etwas damit anzufangen. Das ändert sich, als der Chemieprofessor Benjamin Silliman ein Verfahren entwickelt, mit dem man Rohöl durch Destillation viele nützliche Produkte abgewinnen kann. Kerosin, zur Verwendung als Lampenöl etwa, oder Paraffin, zur Herstellung von Kerzen. Silliman ist es auch, der den Vorschlag macht, Erdöl durch gezielte Bohrungen an die Oberfläche zu holen. Als es im Jahr 1859 dem Ingenieur Edwin Drake gelingt, in Titusville im Nordwesten Pennsylvanias eine ertragreiche Ölquelle zu erschließen, löst die Nachricht auf der Stelle einen Ölboom aus. In Cleveland, das nicht weit von den Ölfunden entfernt liegt, entstehen bald die ersten Raffinerien. Nach anfänglicher Skepsis lässt sich Rockefeller vom gewaltigen Marktpotenzial überzeugen. Brennöl für alle Lampen in jedem Haushalt im ganzen Land. An die Stelle von teurem Wahlöl, das wohlhabenden Vorbehalten ist, soll günstiges Kerosin für jedermann treten. 1863 errichtet Rockefeller gemeinsam mit Partnern eine erste eigene Raffinerie, die er in den nächsten zwei Jahren zur größten und profitabelsten in ganz Cleveland macht. Dabei kommen ihm seine Rechenkünste und sein Sinn für Sparsamkeit zugute. Anders als viele Konkurrenten, die nur am Kerosin interessiert sind, verwertet seine Raffinerie auch alle anderen aus dem Rohöl gewonnenen Nebenprodukte, wie beispielsweise Teer oder Schmierstoffe. Rockefeller ist ein stattlicher Mann. Nicht übermäßig groß, aber mit kraftvollen Schultern und einem breiten Nacken. In seinem Gesicht prangt ein imposanter Schnurrbart. Seine kleinen stechenden Augen wirken auf Beobachter, als könnten sie Menschen und Dinge durchschauen, ohne preiszugeben, was sie dabei gesehen haben. 1864 heiratet der 25 Jahre alte Rockefeller Laura Celestia Spellman, die aus einer angesehenen Geschäfts- und Politikerfamilie Clevelands stammt. Laura hat einen Universitätsabschluss und Rockefeller sagt später über sie, sie war eine ungewöhnlich kluge Frau. Ohne ihren scharfsinnigen Rat wäre ich heute ein armer Mann. Die beiden werden zusammen vier Töchter und einen Sohn, John D. Junior, haben. Seine Familie und seine Kirchengemeinde werden zeitlebens Anker und Rückhalt des ansonsten emsig an seinem geschäftlichen Erfolg arbeitenden Rockefeller sein. Nachbarn und Freunde beschreiben ihn als ruhigen, bescheidenen und gläubigen Mann, der das sonntägliche Picknick hochhält und seine Abende mit einem Brettspiel und einem Glas Cedar verbringt. Seine Konkurrenten lernen Rockefeller bald aber von einer ganz anderen Seite kennen. Am 10. Januar 1870 wird der Firmenname ins Handelsregister eingetragen, der so untrennbar mit Rockefellers Aufstieg zu Reichtum und Macht verbunden ist. Standard Oil Company. Aktionäre der ersten Stunde sind neben Rockefeller seine Kompagnons Samuel Andrews und Henry M. Flagler sowie sein Bruder William. Im Jahr der Gründung kontrolliert Standard Oil rund ein Zehntel der Raffineriekapazität in den USA. Keine zehn Jahre später werden es mehr als 90 Prozent sein. Standard Oil hat praktisch ein Ölmonopol erlangt. Wie hat Rockefellers Unternehmen diesen raketenartigen Aufstieg geschafft? Fragt man ihn selbst, war alles nur eine Frage geschäftlichen Geschicks. Er hat gut gewirtschaftet, klug verhandelt und sich bietende Chancen genutzt. Seine Konkurrenten dagegen sind empört, mit Einschüchterungen, Erpressung und sonstigen unlauteren Praktiken habe Rockefeller sie zur Aufgabe gezwungen. Und in der Tat, die Methoden von Rockefeller und Standard Oil sind alles andere als fein. Standard Oil kann sich innerhalb von drei Jahren fast alle Raffinerien in Cleveland einverleiben. Gut geführten Betrieben macht Rockefeller durchaus attraktive Übernahmeangebote und nicht wenige seiner Konkurrenten werden zu loyalen Standard Oil Mitarbeitern, die zudem als Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft teilhaben. Andere Raffineriebesitzer setzte aber so unter Druck, dass diesen nur noch die Wahl bleibt, Konkurs anzumelden oder günstig an Standard Oil zu verkaufen. Gleichzeitig erlangt Rockefeller Einfluss auf die wichtigsten Ölförderer, Transportunternehmen und Pipeline-Gesellschaften. Und so erreicht Standard Oil nach und nach auch an den übrigen Raffineriestandorten wie New Jersey oder Pittsburgh eine unangefochtene Vormachtstellung. Im Frühjahr 1878 stammen von 36 Millionen Fass Öl nicht weniger als 33 Millionen aus den Raffinerien von Standard Oil. Nun, da Rockefeller eine Monopolstellung erobert hat, geht es um die Konsolidierung der im ganzen Land verstreuten Firmen. Zu diesem Zweck gründet er 1882 in Ohio den Standard Oil Trust, eine Art Holding-Gesellschaft. Rockefeller hält zwar nur rund ein Viertel der Anteile, steht aber an der Spitze eines Ausschusses von neun Treuhändern, der die Geschicke der Firma lenkt. Auch als Präsident von Standard Oil zieht es Rockefeller vor, im Verborgenen zu agieren. Selbst mit seinen engsten Mitarbeitern teilt er nur so viele Informationen, wie diese unbedingt für ihre Aufgaben benötigen. Auf diese Weise will er die Gefahr minimieren, dass sie versehentlich oder wissentlich Geschäftsgeheimnisse der Standard Oil ausplaudern, beispielsweise in einem der zahlreichen Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen geführt werden. Nach dem Vorbild von Standard Oil bilden sich bald auch in anderen Industrien marktbeherrschende Trusts unter Führung von Männern, die Rockefeller in ihrem Geschäftsgebaren in nichts nachstehen. Die Protzerei und der Luxus, den sich diese Stahl-, Fleisch- oder Eisenbahnbarone leisten, sind dem zurückgezogen und bescheiden lebenden Rockefeller allerdings völlig fremd. Und doch ist er es, der im Brennpunkt des öffentlichen Zorns steht und als Riesenkrake geschmäht wird. Denn schließlich ist es ihm als Erstem gelungen, eine ganze Industrie zu monopolisieren und zum reichsten Mann Amerikas aufzusteigen. Immer lauter werden in den Zeitungen und in der Öffentlichkeit die Forderungen, solch geballter wirtschaftlicher Macht Einhalt zu gebieten, bis schließlich der amerikanische Kongress sich des Themas annimmt und im Jahr 1890 den Sherman-Anti-Trust-Act verabschiedet. Rockefeller und Standard Oil werden sogleich vor dem obersten Gericht in Ohio verklagt, gegen die Anti-Monopol-Gesetze verstoßen zu haben. In einem aufsehenerregenden Prozess legen verbitterte Konkurrenten dar, mit welch unlauteren Methoden Standard Oil die Kontrolle über den Markt erringen konnte. Rockefeller seinerseits zeichnet zu seiner Verteidigung ein ganz anderes Bild. Standard Oil war ein barmherziger Engel, der vom Himmel herniederfuhr und sagte, komm in die Arche, bring dein Gerümpel mit, wir tragen das Risiko. Auch hätten die Bürger durch Standard Oil nur Vorteile, wie die über die Jahre stark gefallenen Kerosinpreise belegen. Die Richter in Ohio bleiben von solchen Rechtfertigungsversuchen unbeeindruckt und verfügen im Jahr 1892 die Auflösung des Standard Oil Trusts. Ist Rockefeller damit am Ende? Verliert Standard Oil seine Monopolstellung? Mitnichten. Rockefellers Juristen ersinnen immer neue Finessen, um Standard Oil als Unternehmensgruppe unter der Führung von John D. Rockefeller zusammenzuhalten. Mal werden Strommänner zwischengeschaltet, dann wieder ändert New Jersey auf sein Betreiben hin die Gesetze. Überhaupt ist es bei Standard Oil in jenen Jahren Gang und Gäbe, Politiker gefügig zu machen. Erst 1911 wird der oberste Gerichtshof der USA endgültig die Zerschlagung von Standard Oil in 34 Einzelgesellschaften durchsetzen. Dem Vermögen Rockefellers schadet dies nicht. Im Gegenteil. Als die Aktienkurse der neu entstandenen Einzelfirmen in die Höhe schnellen, beläuft sich sein Vermögen auf die unvorstellbare Summe von 900 Millionen Dollar. Rockefeller erlebt das Ende von Standard Oil nur noch als Zuschauer. Denn er hat sich bereits Ende 1896 im Alter von nur 57 Jahren aus der aktiven Geschäftsführung zurückgezogen. Über die Gründe für dieses frühe Ausscheiden ist wenig bekannt. Vielleicht wollte er nicht weiter um den Ruf seiner Familie fürchten müssen. Vielleicht hatte er Angst um seine Gesundheit, da die ständigen öffentlichen Anfeindungen auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen waren. Und so lernt die Welt nach 1900 einen ganz anderen Rockefeller kennen. Einen bescheidenen Gentleman, der das öffentliche Rampenlicht nach wie vor meidet und seine Zeit und sein Geld der Wohltätigkeit widmet. In der ehemaligen Standard Oil Zentrale hat Rockefeller ein Büro eingerichtet, von dem aus er seine philanthropischen Aktivitäten steuert. Ein Stab professioneller Mitarbeiter prüft die Anträge, die etwa Hilfsorganisationen und Bildungseinrichtungen stellen. Gefördert werden dann die vielversprechendsten Projekte, wobei stets Rockefellers Credo gilt, Wohltätigkeit ist schädlich. Es sei denn, sie hilft dem Empfänger, von ihr unabhängig zu werden. Bei manchen Organisationen, die Rockefeller mit Spenden bedenkt, kommt es anfangs zu heftigen internen Auseinandersetzungen, ob man das vermeintlich schmutzige Geld dieses skrupellosen Geschäftemachers überhaupt annehmen dürfe. Doch mit der Zeit verschwinden solche Bedenken immer mehr aus dem Bewusstsein. Rockefeller wird zugestanden, es ehrlich zu meinen. Insgesamt wird Rockefeller bis zu seinem Tode mehr als eine halbe Milliarde Dollar stiften. Zu den bedeutendsten Aktivitäten zählt die Neugründung der Universität von Chicago, heute eine der renommiertesten US-amerikanischen Hochschulen. In New York finanziert er das Rockefeller Institute of Medical Research, das beispielsweise an Impfstoffen gegen Gelbfieber oder Kinderlähmung forscht. 1902 gründet er das General Education Board, das vor allem die Bildungschancen, aber auch die allgemeinen Lebensumstände der Schwarzen in den Südstaaten verbessern soll. Dieses Programm ist so erfolgreich, dass es am Ende sogar durch die amerikanische Regierung übernommen wird. Im Jahr 1913 schließlich ruft er die Rockefeller Foundation ins Leben, deren Stiftungszweck in der Förderung des Wohlergehens der gesamten Menschheit besteht. Präsident des Stiftungsrates wird sein Sohn, John D. Junior, der die philanthropische Arbeit über den Tod des Vaters hinaus fortführen wird. Doch Rockefeller spendet nicht nur im großen Stil, sondern auch im Kleinen. In Not geratene Jugendfreunde unterstützt er genauso wie bedürftige Mitglieder seiner Kirchengemeinde. Und als alter Mann ist er bekannt dafür, dass er, wo immer er hingeht, jedem Kind eine 10-Cent-Münze schenkt. Seit er im Ruhestand ist, lebt Rockefeller abwechselnd auf seinen Anwesen in Cleveland, New York und Florida. Jeden Tag spielt er mehrere Stunden Golf. Oft genießt er es, mit Staubbrille und Rennfahrermütze im offenen Auto durch die Landschaft zu fahren. Was Musik und Kultur angeht, bleibt er desinteressiert wie eh und je. Am 23. Mai 1937 stirbt er schließlich im biblischen Alter von 97 Jahren. Die meisten seiner Zeitgenossen haben Rockefeller die Wandlung vom skrupellosen Geschäftsmann zum selbstlosen Wohltäter geglaubt. Ob er selbst dabei Hintergedanken hegte? Wir wissen es nicht. Am Ende ist er seinen amerikanischen Landsleuten in guter Erinnerung geblieben. Vor allem auch, weil er eine ganz besondere Dynastie gründete. Eine Dynastie, die sich der Philanthropie verschrieben hat. Über viele Generationen werden die Rockefellers sein Werk fortführen. Bis heute. Die beiden Söhne Eugen und Richard sowie die Töchter Clara, Tilde und Ellen. Beruflich hatte Karl Benz schon vor der Hochzeit mit Bertha den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Zusammen mit dem Mechaniker August Ritter gründet er 1871 seine erste eigene Firma. Auf dem Firmengebäude, nichts anderes als ein Holzschuppen, prangt in großen Lettern Karl Benz und August Ritter mechanische Werkstätte. Aber die beiden halten es nicht lange zusammen aus. Heftige Meinungsverschiedenheiten sind an der Tagesordnung, sodass Karl Benz bereits nach einem Jahr die Anteile von August Ritter zurückkauft und alleiniger Inhaber des Unternehmens wird, das er kurzerhand in Karl Benz Eisengießerei und mechanische Werkstätte umbenennt. Benz hofft, am anhaltenden Bauboom in der Region zu partizipieren und stellt in erster Linie Werkzeuge her, die auf Großbaustellen benötigt werden. Doch der Erfolg bleibt aus. Als Karl das Dilemma erkennt, analysiert er den Bedarf in seiner Region aufs Neue und stellt von diesem Zeitpunkt an hydraulische Maschinen her, die zur Tabakverarbeitung genutzt werden können. Tabak ist im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert eine beliebte Sonderkultur, die vom Nordschwarzwald bis ins Neckartal angebaut wird. 1877 brechen harte Zeiten an. Eine Wirtschaftskrise macht der gesamten Region zu schaffen. Aufträge bleiben aus. Und Karl Benz kann seine Maschinen nicht mehr verkaufen. Ihm droht der Konkurs. Alle seine Maschinen und Werkzeuge werden zwangsversteigert. Lediglich das Grundstück, auf dem seine kleine Firma steht, darf er behalten. Karl Benz muss sich etwas einfallen lassen, wenn er weiterhin selbstständig tätig bleiben will. Da besinnt er sich auf seinen ehemaligen Professor Ferdinand Retenbacher und beginnt mit der Konstruktion eines Gasmotors, der unabhängig von Dampf funktionieren soll. Aber auch andere findige Tüftler hatten sich in der Zwischenzeit dieser Herausforderung gestellt. Nikolaus August Otto hatte seinen Viertaktmotor zum Patent angemeldet. Keine gute Nachricht für Karl Benz. Denn seine Versuche durften sich nicht mit Ottos Patent überschneiden. Wäre dies der Fall gewesen, hätten ihm neben einer empfindlichen Strafe auch hohe Lizenzzahlungen gedroht. Sofort macht sich Benz deshalb daran, einen Zweitaktmotor zu entwickeln. Und schnell hat er den zündenden Einfall. Zwei getrennte Pumpen, eine für Luft und eine für Gas, sollen die Zylinder antreiben. Nur zwei Jahre benötigt Karl Benz, dann ist ihm der Geniestreich geglückt. Am Silvesterabend 1879 springt sein Motor erstmals an. Aber die Freude über den Erfolg wird von dunklen Wolken überschattet. Geldsorgen plagen die Familie Benz. Da Karl in den vergangenen Monaten ausschließlich an seiner neuen Erfindung gearbeitet hatte, stand die Familie inzwischen auch kurz vor dem privaten Ruin. In dieser schwierigen Situation kommt Karl Benz, der Fotograf Emil Bühler, zur Hilfe. Dieser ist davon überzeugt, dass der von Benz erfundenen Motor eine große Zukunft hat und stellt die nötigen finanziellen Mittel für die Weiterentwicklung zur Verfügung. 1881 steigt Bühler als stiller Teilhaber in die Firma von Karl Benz ein, die sie Mannheimer Gasmotorenfabrik nennen. Aber die immer neuen Versuche, den Motor weiterzuentwickeln, verschlingen ein Vermögen. Als sich auch Bühlers finanzielle Mittel dem Ende zuneigen, wird die Gasmotorenfabrik im Oktober 1882 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Karl Benz ist nun nur noch einer von neun Aktionären, die Anteile an seiner Firma halten. Da seine finanziellen Mittel noch immer sehr beschränkt sind, kann er sich lediglich 5% der Aktien an seiner einstmals eigenen Firma sichern und hat im eigenen Unternehmen plötzlich nichts mehr zu sagen. Karl Benz, 1844 bis 1929. Erschrocken springen die Mannheimer Bürger zur Seite, als in den frühen Morgenstunden des 5. August 1888 eine Kutsche ohne Pferde an ihnen vorbei rattert. Verschlafen reiben sie sich die Augen, denn das, was sie da sehen, kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Bertha Benz, die Frau des ortsansässigen Tüftlers Karl Benz, sitzt zusammen mit ihren beiden Söhnen Eugen und Richard auf dem Bock einer Kutsche, die sich ohne Pferd fortbewegt und winkt den verdutzten Mannheimern fröhlich zu. Geschickt lenkt sie das Gefährt aus der Stadt hinaus und bricht mit den beiden Jungen zur ersten Fernfahrt in der Geschichte des Automobils auf. Von Mannheim nach Pforzheim soll die Reise gehen. Heute ist die Strecke in gut einer Stunde zurückzulegen. Vor über 100 Jahren benötigt das unternehmungslustige Trio für diese Fahrt einen ganzen Tag. Erst am Abend erfährt Karl Benz vom Wagemut seiner Frau. Per Telegramm teilt sie ihm mit, erste Fernfahrt ist gelungen, sind gut in Pforzheim angekommen. Geboren wird der Erfinder des Automobils Karl Friedrich Benz am 25. November 1844 als Sohn des Lokomotivführers Hans-Georg Benz und dessen Frau Josefine in Mühlburg bei Karlsruhe. Der Vater hatte sich auf dem offenen Führerstand der Lokomotive schon häufig schlimme Erkältungen zugezogen, doch im Frühjahr 1846 will der schlimme Husten einfach nicht mehr vergehen. Was zunächst nach einer hartnäckigen Bronchitis aussieht, entpuppt sich schließlich als Lungenentzündung, an der Hans-Georg Benz am 21. Juli im Alter von 36 Jahren stirbt. Von nun an ist Josefine Benz mit ihrem kleinen Sohn allein. Sie kümmert sich vorbildlich um das Kind und will ihm die bestmögliche Ausbildung zuteilwerden lassen. Da Karl sehr wissbegierig und intelligent ist, kann er ab 1853 das Lyzeum in Karlsruhe besuchen. Bereits mit 15 Jahren bewirbt er sich an der Polytechnischen Hochschule, denn sein größtes Interesse gilt den technischen Errungenschaften seiner Zeit, wie der Dampfmaschine, der Eisenbahn und den Dampfschiffen. Er besteht die Aufnahmeprüfung mit Bravour und studiert mit großem Erfolg. Vor allem Professor Ferdinand Retenbacher imponiert Karl während seiner Zeit an der Hochschule sehr und prägt ihn für sein ganzes Leben. Retenbacher, der Begründer des theoretischen Maschinenbaus, beschäftigt sich schon zu dieser Zeit mit der Entwicklung einer Verbrennungskraftmaschine. Diese Versuche sind es, die Karl Benz viele Jahre später dazu motivieren, eine Antriebsmaschine zu entwickeln, die ohne Dampf funktioniert. Doch nach seinem Studienabschluss nimmt Karl Benz 1864 erst einmal eine Stelle als Schlosser bei der Karlsruher Maschinenfabrik an, wo er die kommenden zwei Jahre in Lohn und Brot steht. Seine zweite Arbeitsstelle ist in Mannheim bei der Firma Schweizer. In dem Unternehmen, das auf die Herstellung von Präzisionswerkzeugen spezialisiert ist, arbeitet Benz zunächst als Zeichner, kann im Laufe der Zeit aber zum Konstrukteur aufsteigen. Seinen ersten nennenswerten beruflichen Erfolg hat Karl Benz 1869 in Pforzheim. Er wird im Eisenwerk der Gebrüder Benkieser als Werksleiter und Brückenkonstrukteur eingestellt. In Pforzheim lernt er auch Bertha Ringer, die Tochter eines großen Bauunternehmers, kennen. Der inzwischen 26-jährige Karl verliebt sich Hals über Kopf in das 21-jährige Mädchen und hält bald um ihre Hand an. Am 20. Juli 1872 geht sein Wunsch in Erfüllung. Er führt seine Angebetete vor den Traualtar. Die Ehe der beiden ist sehr glücklich. Bertha interessiert sich sehr für die Versuche ihres Mannes und unterstützt ihn nach Leibeskräften. Gemeinsam haben Karl und Bertha fünf Kinder verhalten. Nur ins benachbarte Frankreich lässt sich ab und an ein Fahrzeug verkaufen. 1890 kommt es zum Bruch zwischen Karl Benz und seinen Mitgesellschaftern. Max Rose und Friedrich Wilhelm Esslinge verstehen nicht, warum sich Benz nach wie vor mit der Weiterentwicklung des Automobils beschäftigt, obwohl sich ihrer Meinung nach längst gezeigt hat, dass es für dieses Gefährt in Deutschland keinen Markt gibt. Aber Karl Benz findet bald neue Partner. Friedrich von Fischer und Julius Ganz unterstützen Benz im kaufmännischen Bereich und beim Vertrieb der Fahrzeuge. Der Tüftler hat so den Rücken frei, um sich voll und ganz seiner Arbeit in der Werkstatt zu widmen. Im Februar 1893 gelingt Karl Benz der Durchbruch. Er erhält das Patent für eine Achsel-Schenkel-Lenkung, die es ermöglicht, auch vier rätrige Wagen vom Kutschbock aus zu steuern. Diese Lenkung wird in das neue 3 PS starke Modell Viktoria eingebaut, das sich als erster Verkaufsschlager erweist. Nicht unerheblich am Erfolg dieses Wagens beteiligt ist Theodor von Liebig, dem es 1894 gelingt, eine über 900 Kilometer lange Strecke damit zurückzulegen. Eine Fahrleistung, die als Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Viktoria gilt. Von nun an geht es Schlag auf Schlag. Neben immer neuen Automobilmodellen mit den klangvollen Namen Phaeton, Landauer und Brake, allesamt nach bekannten Kutschenfabrikaten benannt, entwickelt Carl Benz 1894 den ersten Omnibus und das erste Serienautomobil mit dem Namen Velo. Zum Preis von 2000 Mark können sich dieses Luxusgefährt nur gut betuchte Bürger leisten, umso erstaunlicher ist es, dass das Velo bis 1902 rund 1200 Mal verkauft werden kann. Benz ist nun der größte Automobilhersteller der Welt. Doch diese Stellung kann er nicht lange behaupten. Die Konkurrenz im In- und Ausland schläft nicht und vor allem Wilhelm Maybach mit seinem Rennwagen Mercedes macht Benz das Leben schwer. Notgedrungen muss sich auch Carl Benz mit der Entwicklung eines Rennwagens beschäftigen. Nach internen Querelen im eigenen Unternehmen und seinem kurzzeitigen Austritt aus der Firma gründet er 1903 im Alter von 60 Jahren in Ladenburg ein neues Unternehmen C. Benz Söhne. Hier arbeitet er zunächst zusammen mit seinem Sohn Eugen, während Richard erst 1908 von der Benz AG aus Mannheim nach Ladenburg folgt. 1909 wird der Öffentlichkeit der 200 PS starke Rennwagen Blitzen Benz präsentiert. Bis 1919 hält dieses Fahrzeug mit einer Spitzengeschwindigkeit von 228 kmh den absoluten Weltrekord. Als Carl Benz 1912 aus seinem Unternehmen ausscheidet, weiß er es bei seinen beiden Söhnen in guten Händen. Obwohl er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzieht, verleiht ihm die Technische Hochschule Karlsruhe anlässlich seines 70. Geburtstags den Ehrendoktortitel. Eine Auszeichnung, die der ehemalige Student dieser Hochschule gerne annimmt. Ein letzter Höhepunkt seines Lebens ist der Zusammenschluss der Daimler und Benz Werke im Mai 1924, die 1926 in Daimler-Benz AG umfirmieren. In diesem neuen Unternehmen erhält Carl Benz einen Sitz im Aufsichtsrat, den er bis zu seinem Tode am 4. April 1929 innehat. Mit seinem Fahrzeug- mit Gasmotorenbetrieb schrieb Carl Benz Industriegeschichte. Diese Erfindung machte ihn zu einem der bedeutendsten Pioniere in der Geschichte des Automobils. Kein anderer hat die Entwicklung der menschlichen Mobilität so nachhaltig beeinflusst wie der deutsche Maschinenbauingenieur Carl Benz. John D. Rockefeller 1839 bis 1937 Wenn unvorstellbar großer Reichtum einen Namen hat, dann ist dieser Rockefeller. Heute würde das Vermögen von John D. Rockefeller etwa 200 Milliarden Dollar betragen, ein Vielfaches dessen, was die reichsten Männer unserer Tage ihr Eigen nennen. Die Erinnerung an Rockefeller, diesen Selfmade-Milliardär, ist äußerst widersprüchlich. Einerseits ist er der skrupellose Geschäftsmann, der mit fragwürdigen Methoden in kaum 30 Jahren aus dem Nichts ein gewaltiges Wirtschaftsimperium aufgebaut hat. Andererseits ist er der engagierte Philanthrop, der die letzten 40 Jahre seines Lebens darauf verwendet hat, große Teile seines Vermögens wohltätigen Zwecken zu stiften. War diese Wohltätigkeit nur Ausdruck seines schlechten Gewissens? Eine Art Wiedergutmachung für das Unrecht, das er anderen angetan hat? Oder entsprang die Philanthropie seiner tiefsten Überzeugung und seiner Reliquiosität? Nun, so ganz hat noch kein Biograf, kein Historiker den Menschen John D. Rockefeller entschlüsseln können. Es lohnt sich daher, den Lebensweg dieses Mannes genauer zu betrachten. Der Reichtum ist John Davison Rockefeller nicht in die Wiege gelegt, als er am 8. Juli 1839 in Richford im Bundesstaat New York zur Welt kommt. Sein Vater William Avery Rockefeller ist ein Lebemann, der mit fragwürdigen Geschäften für das Auskommen der Familie sorgt. So verkauft er beispielsweise gutgläubigen Menschen ein Wässerchen, das angeblich Krebs heilen kann. Die Mutter, Eliza Davison, stammt aus einer wohlhabenden Farmerfamilie und hat William gegen den erklärten Willen ihrer Eltern geheiratet. Eine Entscheidung, die sie später des Öfteren bereut haben dürfte. Denn der Mann ist oft monatelang unterwegs, um seine Quacksalbermittelchen zu verkaufen, macht mit Affären von sich reden und soll sogar in Bigamie gelebt haben. Trotz allem bringt John seinem Vater Bewunderung entgegen und schaut sich einiges von dessen Geschäftstüchtigkeit ab. So verleiht er schon als Schuljunge seine Ersparnisse und kassiert dafür Zinsen. Stolz stellt er fest, dass er damit genauso viel verdient hat, wie ihm der Nachbar für zehn Tage harte Arbeit bei der Kartoffelernte bezahlt. Auf seinen Charakter hat aber die Mutter einen noch prägenderen Einfluss. Als nüchtern, sparsam und religiös wird sie beschrieben, Attribute, die auch zu John D. Rockefeller passen. Als John 14 Jahre alt ist, lässt sich die Familie nahe der Stadt Cleveland in Ohio nieder. Dort besucht er die High School und macht im Anschluss einen dreimonatigen Buchhalterkurs. Eine Universität wird John D. Rockefeller nie besuchen. 1855, er ist gerade 16 Jahre alt, findet er eine erste Anstellung als Hilfsbuchhalter bei Hewitt & Tuttle, einer Handelsgesellschaft für landwirtschaftliche Produkte. Die Inhaber sind von der Sorgfalt und Beharrlichkeit, die der junge Rockefeller an den Tag legt, angetan und übertragen ihm bald immer mehr Verantwortung. Rockefeller wird später über diese Lehrjahre sagen, dass er in drei Jahren bei Hewitt & Tuttle so viel über das Wesen des Geschäftemachens gelernt habe, wie andere Leute in drei Jahrzehnten nicht. Seit seinem ersten Arbeitstag führt er auch über seine privaten Ausgaben detailliert Buch. Die bis heute erhaltenen Aufzeichnungen zeigen, dass er sehr sparsam haushaltet und von Anfang an ein Zehntel seines Einkommens spendet, vorzugsweise der Clevelander Baptistenkirche, an deren Gemeindeleben er regen Anteil nimmt. Als ihm eine Gehaltserhöhung verwehrt wird, wagt Rockefeller einige Monate vor seinem 20. Geburtstag den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit Erfolg. Schon im ersten Jahr erzielt seine Firma durch den Handel mit Fleisch und Getreide einen Umsatz von knapp einer halben Million Dollar und einen angesichts des hart umkämpften Marktes anständigen Gewinn von mehr als 4000 Dollar. Die Geschäfte laufen mit jedem Jahr besser, zumal nach Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen, für den findigen Tüftler ein unerträglicher Zustand. Im Januar 1883 verkauft er deshalb seine Anteile an der Gasmotorenfabrik in Mannheim AG an die anderen Teilhaber. Doch der Name Karl Benz hat sich inzwischen herumgesprochen. Und so fällt es ihm nicht schwer, noch im selben Jahr neue Partner zu finden, die bereit sind, wieder ein Unternehmen mit ihm zusammen aufzubauen. Friedrich Wilhelm Esslinger und Max Rose steigen in die Benz & Company Rheinische Gasmotorenfabrik ein. Von nun an laufen die Geschäfte ganz gut. Benz überarbeitet seinen Motor zum wiederholten Male und schon 1886 können neue Fabrikgebäude bezogen werden. In den folgenden vier Jahren werden über 300 Benz-Motoren verkauft. Ein Erfolg, auf den Karl Benz nach all den Tiefschlägen der Vergangenheit selbst kaum zu hoffen gewagt hatte. Doch in der Zwischenzeit hat sich noch etwas anderes ereignet. Es war bekannt geworden, dass Otto das Patent für den Viertaktmotor entzogen werden soll. Für Benz die große Chance. Plötzlich sieht er sich seinem großen Traum ganz nahe. Er will einen Motor entwerfen, der so leicht ist, dass er zum Antrieb von Fahrzeugen genutzt werden kann. Sein Zweitakter ist dafür aufgrund seiner Größe und seines Gewichts denkbar ungeeignet. Unermüdlich tüftelt und konstruiert Karl Benz nun an der Verwirklichung seines Kraftwagens. Bereits im Frühjahr 1885 hatte er erste Konstruktionspläne für einen dreirädrigen Motorwagen entworfen, der sich ohne von Pferden gezogen zu werden auf der Straße fortbewegen können sollte. Als ein halbes Jahr später der erste fahrbare Motorwagen bereitsteht, behält Karl Benz seinen Durchbruch aber zunächst für sich. Erst im Januar 1886 meldet er sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an. Benz hatte die Patentanmeldung deshalb hinausgezögert, weil er erst ganz sicher sein wollte, dass Otto keine Rechte mehr geltend machen konnte. Aber auch andere Erfinder sind zu dieser Zeit in der Kraftfahrzeugentwicklung tätig. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach hatten bereits vor Karl Benz ein Zweirad zum Patent angemeldet. Mit seinem Dreirad, das mit einer breiten Sitzbank ähnlich einem Kutschbock ausgestattet ist, ist Karl Benz aber der Erste. Auch verfügt sein Gefährt über ein ausgefeiltes Bremssystem und einen neu entwickelten Vergaser. Im Sommer 1886 stellt Karl Benz seinen Motorwagen zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Die Mannheimer reagieren verhalten. Es ist zwar nett anzusehen, wie sich die Kutsche ohne Pferde fortbewegt, aber wirklich überzeugt sind sie von dieser Erfindung nicht. Aber Karl lässt sich irritieren. Er tüftelt, konstruiert und baut weiter an neuen Fahrzeugen. Vier weitere Patente erhält er bis 1888. Doch auf große Fahrt traut er sich mit keinem seiner Motorwagen. Bertha, die unternehmungslustige Ehefrau des Erfinders, kann es nicht mehr ertragen, dass dem neuen Gefährt ihres Mannes nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Kurzerhand beschließt sie deshalb, der ganzen Welt zu beweisen, welch wertvolle Errungenschaft der Motorwagen für die Menschheit ist. So kommt es am 5. August 1888 zu der legendären Fahrt von Bertha und ihren beiden Söhnen, die sie von Mannheim nach Pforzheim führt. Der Motorwagen legt die Strecke ohne größere Schwierigkeiten zurück. Zwar müssen die Reisenden häufig Kühlwasser nachfüllen, an steilen Stellen schieben und das für den Antrieb benötigte Benzin in Apotheken kaufen, aber das alles stört das aufgeweckte Trio nicht. Sie sind stolz, beweisen zu können, dass die Erfindung des geliebten Ehemannes und Vaters durchaus ihre Berechtigung hat. Doch obwohl alle Zeitungen von der Fahrt der verrückten Frau Benz berichten, ist das Interesse am Motorwagen in Deutschland ist das Vielen Dank.